hallo leute ja wir sind ja auf dem landeplatz oder am landeplatz und ich habe auf jeden fall das lager da hinten genommen und habe das hier schon mal reingepackt da haben wir jetzt eisen drin und ein titan haben wir auch noch drin mehr hatten wir glaube ich sowieso nicht dabei und ich würde sagen wir starten jetzt mit der rakete nach silvia zurück oder silva und schauen dann was wir da weiter machen können ihr schauts logo und wir gehen auf ein großbildschirm so dann sind wir schon ins all geflogen und dann müssen wir mal schauen also wir wollten ja woanders hin zu den anderen planeten schießen ist es glasio wo sind wir jetzt ja lithium war auch noch gefragt wo sind denn die anderen planeten da hinten ok silva de solo waren wir schon atrox waren wir noch nicht novus waren wir auch noch nicht da gibt es das lithium was wir auch eine aufgabe haben und wesania ist auch lithium da müssen wir auch noch hin titanit ist da und novum ist hämatit das ist eisen wasserstoff und methan und was haben wir noch für gaser wasserstoff argon und stickstoff mittlere gefahr da auch aber wir sind ja jetzt hier schon auf hart die gefahren also kann uns eigentlich nichts mehr passieren aber ich würde sagen wir fliegen erst mal hier zurück da wollen wir ja was erledigen eigentlich jetzt müssen wir nur wissen wo unser landesplattform ist unsere landesplattform ist nicht da wo ist sie denn da hinten da muss ich hin alles klar ich war jetzt auf den schildern und wunderte mich warum das jetzt nicht klappt aber jetzt hat es ja geklappt alles ist gut zum glück landen war auch richtig an der richtigen stelle und ich habe nicht aus versehen irgendwo geklappt so verlassen ist richtig ich glaube die start sind schon erledigt da ist das genau das können wir da hinten hinschmeißen wie immer und wir haben hier kupfer und jetzt holen wir hier oben das schöne eisen raus und das titan und jetzt müssen wir nur schauen wie geht es weiter was wollten wir bauen wofür sind wir losgeflogen gehen wir mal hier rein feststoffschub düse aluminium fehlt uns da und ammonium sitzt dann irgendwo schon dran da ist ammonium also da ist schon eine düse da ist nicht schlimm wir bauen noch eine aluminium ist hier auch da rein und er kann da schon drucken die bauen wir gerade auf über die da wieder drunter stecken können was gerade aber nicht so will wie ich will können wir die mal darunter schrauben so jetzt ist er drunter jetzt hat es geklappt was haben wir hier jetzt gerade ein exo chip ok das hat jetzt auch wieder geklappt das ist alles gut wir brauchen jetzt nur was haben wir hier exo auftragsplatz form haben wir denn noch sonstige dinge die wir gebaut haben hier hier ist noch lauter schrott da sind lager nö was will er hier haben energie ist das gut da wäre noch energie aber erstmal würde ich das nicht machen wir sollten erstmal auf den großen drucker gucken mittelgroßer drucker großer drucker gemisch ne brauchen wir jetzt gerade nicht schmelzofen erzinterview chemielabor forschungskammer exo auftragsbehandelsplattform exo chip wolfram jetzt auch nicht der exo chip liegt auf dem wir hatten ja gerade eben eigentlich auch mal ecke irgendwo liegen den wollen wir nicht wiederholen so da muss eisen dran das haben wir schon hier wolframmuster dran das haben wir auch hier was der exo chip der liegt da und jetzt können wir da eine auftragsplattform machen eine handelsplattform machen gut das ist schon mal passend und was wir eigentlich machen wollten das ist hier hinten rechts und wahrscheinlich funktioniert das nicht wir wollten hier definitiv schwefel haben kohlenstoff und kohlenstoff ergibt aber nicht schwefel oder schwefel ist da muss ich das nur einschalten ne ne untersuchen aber wie krieg ich ja ich muss ich muss den schwefel noch haben aber der aha das das war unsere geschichte die wir haben wollten ne und ich weiß aber nicht mehr wie schwefel hergestellt wird aber das können wir hier irgendwo im ressourcenfenster nachgucken ne das ist nicht so einfach wahrscheinlich ach das ist tatsächlich auf kalidor oder atrox finden wir schwefel ok dann ist das auch geklärt ne gut jetzt ist hier aber unsere auftragsplattform fertig ne das ist eine schubdüse die legen wir noch da hinten wo waren die plattformen jetzt gebaut ah da die große kiste ja die müsste wahrscheinlich dann auch auf dem ding ins wir können hier mal gerade auspacken ja die sollte vielleicht auf seiner sach schon plattform sein ne haben wir hier irgendwo noch eine stehen nicht wirklich ne da hinten ist ganz viel schrott und so hier ist auch keiner ich glaube wir bauen das aber mal nicht dahin sondern hier irgendwo hin und dann sollten wir vielleicht noch der baut ja uns immer das gleiche mit dem ding ins da hat man große plattform a das ist doch genau das was wir haben wollen da müssen wir zwei harz reinstecken also auf jeden fall sieht das so aus als ob das vielleicht passend dafür ist und druck mal wo ist die hier hier ist er so hier haben wir nichts zum forschen mehr das ist schlecht rucksack war wahrscheinlich rucksack war nicht da rucksack war hier da haben wir auch nichts drinnen zum forschen ah titan haben wir hier noch ok haben wir hier auch noch forschungsgegenstände irgendwo in irgendeinem lager wahrscheinlich nicht ne oder sieht jetzt nicht so aus da ist auch nichts dran so da ist jetzt die kiste fertig packen wir die mal gerade da hin das ist ein großer drucker so den sollten wir vielleicht mal ein bisschen drehen noch sieht jetzt schon ganz gut aus oder wo ist jetzt die rakete da hier würde ich aber auch noch drehen wollen so rum ja untersuchen Schrott zu gemisch Schrott zu harz organische ressource lehm Quarz Grafit Zinkblende Ammonium Laterit Malachit Wolframid Hämatit Lithium den können wir holen gibt es auch Schwefel hier ne da sind wir schon durch wo war denn jetzt Lithium da Schrott will er haben 4 zu 1 so jetzt müssen wir nur Schrott haben ne und wo war die Schrottkiste da und wo haben wir Schrott hingeschmissen das ist die Frage ne hm 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 ne die konnten da nicht rein ne ne die konnten da nicht rein ne ausschlachten wie kann ich die denn ausschlachten wie kann ich die denn ausschlachten leider funktioniert das so nicht wie ich das hätte das muss mir noch einer erklären vielleicht der Dralo oder so kann ich denn da noch was größeres bauen großer Drucker muss man ja große Drucker Landeplattform bauen ok kleine Shuttle Unterkunft Autoextraktor ja Exoschip der liegt woanders Stahl haben wir auch noch nicht aber warte mal Stahl und Eisen das bedeutet kann man kann man ne ne oder doch Kohlenstoff müsste ja gehen mit Eisen und das müsste doch dann vielleicht ne der will das aber nicht machen Kohlenstoff ist ja auch gerade nicht vorhanden ne ne was ist das Feuerwerk Zinkblender da ist noch eine Forschungsprobe ne ne haben wir gerade nicht da das ist schlecht vielleicht kann ich das da hinten reinschmeißen und kriegt dann Schrott ja das funktioniert sitzt das gleich da dran ne ne ja aber da muss ich noch ganz viel von reinschmeißen auch gut ne was ist das Schutt geht der da rein der Schutt gucken wir mal der passt da auch nicht rein der Schutt na na das brauche ich ja sowieso nicht ich habe ja mal fehl gebaut glaube ne Schutt sieht so aus was ist denn noch Schutt ist das auch Schutt kann ich da auch Schutt raus machen ne da kann ich keinen Schutt raus machen was ist das da Zinkblender den könnte ich da reinschmeißen was war das Feststoff Sprungbooster weiß ich nicht ob ich den mal brauche so gut aber das hilft uns gerade alle nicht weiter wir müssen noch schauen die Hupe ne die braucht auch keiner wie wir das alles so hinkriegen hier hier ist das mit dem Strom alles Laterid ja ich würde jetzt mal sagen dass wir da jetzt nicht weiter kommen da haben wir keinen Schrott da müssen wir vier Schrott wegschicken um ja dann das Ding jetzt zu bekommen sag schon das Lithium und ja das ist dann erstmal vorbei das ist das, das ist ein Generator der braucht aber Kohlenstoff und Kohlenstoff ist hier ja warte mal wenn ich Kohlenstoff aber hier dran lege ne das funktioniert tatsächlich nicht wie kann ich denn Eisen herstellen äh Stahl herstellen Eisen und Kohlenstoff sind eigentlich die beiden Dinge die man da braucht hm lege ich das mal da hin das kommt aber nicht hier hin gemacht oder ja dann geh du da hin wo ist jetzt mein wo ist jetzt mein mein Eisen hin das hörte ich doch gerade noch oder ach ne da sitzt er noch kann ich das hier favorizieren ne ne F untersuchen doch da ist es ach Argon wollen sie auch noch haben Eisen Kohlenstoff und Argon hat er das genommen hat er das genommen nö warum ist das jetzt runter gefallen ach so weil ich hier schon weiter geklickt habe wahrscheinlich wo ist der Stahl jetzt hin da war er Escape so jetzt nochmal das ganze Kohlenstoff da ist so viel Kohlenstoff runtergefallen aber das brauche ich nicht alles oder doch ne ok und als dritte Komponente brauchen wir das Argon hat man das nicht irgendwo schon mal her geholt oh oh kann sein muss aber nicht ne ich weiß dass wir Argon hatten aber wo war das haben wir es mitgenommen ist die nächste Frage vielleicht liest du das ist das auch liegen geblieben das hatte ich ne das hatte ich hier erforscht oder einmal hier in die Forschungskammer habe ich das gesteckt meine ich ja schade weiß ich jetzt auch nicht gerade auswendig ne aber hier kommen wir mit dem Schutt nicht weiter das ist ja noch gar nichts ne das müssen wir nochmal gucken wie wir das hinkriegen aber ich würde sagen wir lassen das erstmal so und schauen in der nächsten Folge weiter ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein Award macht eins falls euch die Folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch macht euch das Glocke an kriegt ihr mit welches nächste Video hochladet gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann ciao und wir sehen uns in der nächsten Folge wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann bis dann bis dann Vielen Dank.